Radio Brocken sucht Sachsen-Anhalt's schönsten Balkon. Wir lernen jetzt mit deiner Hilfe Jodeln. Und zwar mit dem Einstiegskurs. Wie können wir am besten andere Leute davon überzeugen, dass wir richtige Jodler sind? Also es geht ganz einfach, es sind alles Silben aus dem Alphabet. Zum Beispiel La, Ho, Du. Und wenn man das ganz einfach präsentieren möchte, dann macht man eine Jodelübung. Die geht La, Ho, Du. Wäre jetzt ganz einfach ein Singjodler. Und wenn der Jodelteil etwas schwerer werden soll, dann klingt das Ganze La, Ho, Du. La, Ho, Du. Mal. Alles live, alles live. La, Ho, Du. Wir üben das. Wir üben das. La, Ho, Ho, Du. Nochmal. La, Ho, Ho, Du. Und ich würde einfach zu Hause vorschlagen, das Video immer wieder hin und her zurückspulen. Immer zu Hause mit den Nachbarinnen, den Nachbarn üben. Vielleicht am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr. Aber dann in einer Lautstärke, dass die anderen gleich mitjodeln zu Hause. Vielen herzlichen Dank, alles Gute. Und wo findet man dich? Ja, in Alten Prag, im Haus zum Harzer Jodlermeister, da kann man mich jeden Tag eigentlich finden. Und wir machen dort auch Veranstaltungen, also so, dass wir da auf jeden Fall immer irgendwie was Musikalisches rüberbringen. Werden Sie die Radiobrocken Wiesnkönigin 2010. Zeigen Sie uns, was Sie haben. Jetzt auf radiobrocken.de Die Radiobrocken Wiesnkönigin